Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Super Mario Bros. X und ja, wir wollen ja auch noch die Invasion 2 hier schaffen, was auch echt eine Herausforderung ist und ja, viel Spaß mit dem Video. So, ist ganz easy, so. So, also mit Link läuft's super, ich spiel grad mit Link, damit ich das auch schaffe. Na, verdammt. Puh, das war knapp. Okay, jetzt muss ich gut aufpassen. Nein, oh, verdammt. Fuck. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, ich bin wieder da. Und heute glaube ich, dass wir es schaffen werden, weil wir haben zwei Leben. Oh, machen's jetzt. Aber eigentlich ist es eigentlich nicht so schwer. Oh, ist leicht. War eh leicht. Hab wohl nur verloren, weil ich wusste ja nicht, dass man auch so machen kann. Naja. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Wahoo. Yeah. Yeah, ich hab's richtig geschafft. Mensch, und ich hasse immer diese Invasion-Level. Äh, ja. Oh, cool. Jetzt bin ich hier. Schön. Aber ich spiel jetzt mal wieder mit Luigi-Spiel. Ich sag, spiel ich nur mit Link oder so anderen Charakteren bei so schweren Level. Sonst spiel ich gerne mit Luigi. Okay, Luigi, äh, ja. Okay, eigentlich jetzt auch geklappt, wenn ich nur so Zwönig gegangen wäre und Falltasten gedrückt hat. So, könnte ich auch Charakter wechseln, aber... Naja, es geht auch mit der altmodischen Art und Weise. Zack. Ah, die sieht eh gesehen aus wie Sonic the Hedgehog. Ja, tak, tak. Dink, 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 dink. Okay. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Zack. das meinte er also die zwiebeln oder hat so all das gemüse hier dann kann man ein bisschen überliebt zwar eis aber überliebt kein keine zwiebel ich glaube die zwiebeln so hat zu meinen und ja so ist man hat logik liebe ich einfach aber im letzten färme viel über logik geredet naja dann geil also guck mal was ich so hab das ist geil so richtig coole achterbahn kreativität geiles die kürze sicherheit nehmen wir es halt weil beim schweben da kann ich besser ausweichen ich liebe einfach die musik bis wort wissen was es ist ruhig hier kommt ein cooler trick einfach mit dem hammer kaputt hauen ich könnte auch die das einnehmen und dann durch bewerfen so wie man es bei super mario 2 macht aber so tue ich es lieber ja ja kann man auch verdammt und nein und das sage ich echt nicht kaum was sind sie auf der fülle ich hätte sie komisch aus ok viel musik und so ja ich hüpfe einfach so verdammt ja diese fischer ist einfach echten nervensäge also in die säge die sägt und nerven gleichzeitig hat diese fliegen die nerven einfach in der aufnahme ich hatte das ich habe sie sicher vielleicht machen wir weiter mit diesem sprung ist auch echt schwer das ist meine hast du diese blau und die roten und diese fliegen da die jetzt bei der aufnahme nicht engen sondern auch außerhalb game also außerhalb spiel hier nerven hoch sind schnell auf das ist nicht dein ernst ich hasse diese fischer warte ich noch einmal sterbe dann wechsel ich zu link link ist immer perfekt die lösung bei so schweren level weg und ab ok damit sie einfach zu link mit gut dann einfach die jahre da ist einfach viel besser da ist einfach bessere wahl bei so harten level bei so manchen stellen ja wozu zum beispiel das mit stiefeln oder so da ist zwar luigi oder auch mario oder auch andere charaktere viel besser bei bei link geht das nicht aber ähm ich muss sagen es läuft eh gut och ok naja dafür weiß ich jetzt dass er drin war war jetzt so neugierig ihr müsst ja verstehen wie neugierig ich war ha ha doch gleich mal viele fischer kennen boah mist verdammt verdammt oh alles war knapp bitte ein checkpoint bitte einfach einen checkpoint bitte ich will einfach mal einen checkpoint NEIN doch ok ich spiel jetzt mal mit toad oh hat er keiner rein oh hey ich kenn die musik die ist doch aus wie das eine stage aus äh super smash bros mille also irgendwie so aber die stand sie muss die stand ja eigentlich aus einem anderen spiel ne oder ich hab's auch genau aus so was mehr sprust hm hm keine ahnung ah was ist das kann ich drauf springen ja ho ich hab's auch nicht schul diese viecher ich hasse diese viecher come on NEIN fuck wieso gibt das gar Ist das euer Ernst? Ich muss ein ganzes Scheißen nochmal machen. Ist das euer Ernst? Ich habe keinen Bock mehr. Ich muss ein ganzes Scheißen nochmal machen.